Das ist Klaus, das Fußballass. Hat an schlauen Toren Spaß. Das hier ist Klaus' Trikot. Es steht vor Dreck und riecht auch so. Das ist das schlaue Späh vom Klaus. Wäsch den Dreck ganz einfach raus. Denn Spähwäschwäsche strahlt weiß. Mit Mega-Perls zum kleinsten Preis. Volltreffer! Späh, die schlaue Art zu waschen.